Ah, du setzt dich rauf. Auf der Seite müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wo wir hochgegangen sind, ist es entspannter. Okay. Du meinst du? Doppelhörn kielen. Ja. You know Dasher and Prancer and Donna and Wixen. Was? Wen willst du eine Wixen? Ja. Du hast das Ringtier. Wichse? Ja, Wixen. Okay. Okay.